Hallöchen und willkommen zurück bei Delicious 2 Tag 6 in der Cafeteria. Äh, im Diner. Ah, wir hätten noch dekorieren können. Egal. Was ist neu? Was? Ah, Burger. Okay. Das Kaffee. Ja, doch. Ja, doch. Aber Marcelo das mit dem bisschen Hilfe mir gut machen kann? Zweifle ich ja, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, er müsste sich vom Grund auf... Weiß ich nicht. Er so, oh ja, ich hab all dein Geld verzockt. Ah ja, räum einfach ein, zwei Tage ein bisschen die Tische ab, dann schwamm drüber. Aber, das seh ich halt nicht. Oh, oh, oh. Latsch. Hier. Da war ich ein bisschen voreilig. Ein Ei? Bommes? Kaffee. Nein, jetzt hab ich zwei Kaffee eingepackt. Egal. Ich muss aber neu kochen. Das wird Ömi zu lange dauern. So. Habe ich irgendwie gesagt? Nein, Öpi. Nie, Öpi. Noch ein Burner. Kinder sind ungeduldig. Kinder sind ungeduldig. B innate. Ja doch, mach ich. Kaffee Kylie. Koffee. Was ist hier? Jedoch, ich glaube, so ganz langsam komme ich wieder rein. Gestern. Ich habe gestern aufgenommen. Oh nein, die gehen wieder, weil der Tisch besetzt war. Puh, da war es aber... Da ist es ein Glück, Übi. Dass Übi nicht schneller war. Kaffee und das sieht für mich irgendwie aus wie Erdbeerlimonade. Ich sage immer Cola, weil... Gut, dass die noch ein Herzilein haben. Bumpeldi-Bumpeldi. Übi möchte ein Spiegelei. Oh, ich hätte auch keinen Spiegel. Zwei Burgers. Über Experte kriegen wir auch noch hin. Das ist schlecht. Oh Gott. Ah, jetzt haben wir wirklich welche ohne Herzlein weggeschickt. Tisch abräumen, bitte. Hier. Weißt du, da sage ich einmal, oh, läuft gerade eigentlich ganz gut. Zack, läuft es nicht mehr so gut. Die hatten auch keine Herzi. Ging schön. Ach. Aber gut, Experte ist Experte, ne? Yay, wie viel... Uh, 600 haben wir jetzt schon. Gucken wir mal. Ich hätte... Neon, Neon und noch mehr Neon. Das hier. Dann haben wir noch 300. Ja, doch. Das kriegen wir schon hin. Wettig, denke ich. Ach, wir kochen. Ich muss essen. Jetzt wird es dann doch wieder ein bisschen... knifflig. Die haben kein Herzchen. Das geht nicht. So will ich die nicht abkassieren. Oh Gott, die kommt an. Bleib mal wo du bist. Okay. 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 Ich habe immer noch kein Herz. Gehen. Okay. 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 wir dürfen uns jetzt keine fehler mehr erlauben und macht direkt ein ach ja ich hätte irgendwie damit gerechnet dass noch ein bisschen mehr passiert an sachen verkaufen jetzt kommen so viele rein ok es geht aber als kunde ohne ein herzi rauszugehen das kann ich nicht zulassen alle herzen ja 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 ich muss mal eben kurz was trinken haben ich hab ich Kirsche. Komm, es gibt das. Oh Gott, jetzt kommen so viele auf einmal. Oh Gott, jetzt kommen wir einen raken. Oh Gott, jetzt kommt es vor allem. Oh Gott, jetzt kommt es wieder. Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt es wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber Herzchen haben sie noch. Das ist doch... Oh, die hat ein Herzchen mehr. Boah, jetzt geht's doch schon ganz freundlich zu langsam, weil die auch so larmarschig läuft. Spiegelei, Tisch abräumen. Ah, die hätte ich zusammen mit, äh, abkassieren können. Boah. Oh doch, das ist zwar ab und an ein bisschen, uiuiui, aber Spaß. Ein Spiegelei, ich hoffe, die entscheidet sich schon. Ich warte mal ein bisschen, Spaß zu machen. Dann sollten wir das Herzchen auch wieder drin haben. Okay, hat doch gut geklappt. Okay, jetzt fängt's langsam wieder an, dass ich ganz leise werde, weil ich mich konzentrieren muss. Okay, aber, es geht noch. Hm. Jetzt wollen wir Kaffee. Ah, der Burger. Ziel. Okay, das Ziel schaffen wir aber. Und Experte wahrscheinlich. Is it going? Ja, ja, doch schaffen wir. Ist gar kein Thema. Ja. Das war's. Nein! Oh Gott, bitte unterhalte die. Puh, okay. Herzchen haben sie noch. Alles gut. Alles gut, alles gut. Oh Gott, im Himmel. Jetzt habe ich mich auch noch ins Auge gefasst. Aua. Ciao, Ulmi. Jetzt haben wir wieder 400. Hä? Hä? Ich kann gar nicht alles machen. Ich muss wahrscheinlich Tage doppelt spielen. Warte, 200, 200? Ne, ich habe noch zwei Tage. Okay, alles gut. Oh, ich sehe gerade. Zeit ist schon lange vorbei. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Toodaloo. Ja.